Saubere Umwelt braucht Dich. Im letzten Jahr haben rund 18.000 Helferinnen und Helfer 150.000 Kilogramm Abfall gesammelt. Danke! Heuer wird wieder aufgeräumt in allen Vorarlberger Gemeinden. Von Hörbrands bis Gassurm beim großen Vorarlberger Frühjahrsputz. Stell Dir vor, wir räumen Vorarlberg auf und alle kommen hin. Infos, wann Deine Gemeinde Dich zum Saubermachen drauf? Auf vorarlberg.orf.at oder 055 72 301.